Auf dem PC habe ich immer gnadenlos versagt bei PUBG. Hast du es mal gespielt? Nee, auf dem PC ja. Und, kannst du es? Das ist ähnlich wie Fortnite eigentlich. Ja. Ungefähr so. Können wir mal PUBG spielen. Oder wir spielen ja Dings. Ring of Elysium. Ring of Elysium. Ring of Elysium. Ring of Elysium. Ey, übrigens, meine ganzen Aufnahmen konnte ich alle löschen. Waren alle für den Arsch. Wieso das? Weil das System sich gedacht hat, wir nehmen nicht das Mikro, was er angeschlossen hat, wir nehmen halt das Mikro aus der Facecam. Geil. Und da hast du hier das Naturklimpern gehört, hast mich hier, als wäre ich tausend Meter weg irgendwie. Irgendwie. Wollen wir uns da vorpaaren? Einen Weg. Ja, so langsam. Was wammst du hier? Ja, da oben war das. Jetzt ist Ruhe. Aha. Hat's so gewollt. Ja, oh. Boah, schon wird einer dahin. Zack, weg ist er. Nicht mit mir leider. Genau. Drüben fleucht noch irgendwas. Junge, er hält da mal das Maul. Du bist hier hoch, das ist eine Aufgabe, aber die machst du ja eh nicht. Für was? Ja. Ich kann nicht. Mhm. Das ist nimmer Arschloch. Schieß mal mein Body-Armor matig, Alter, das dumme Kind. Was ist da Plan hier? Ach, hier. Ach, und dann die, Alter, immer. Dann jammern wir uns da oben. Ja. Sind die alle wieder da drüben, Alter? Los, lass uns mal rüber gehen. Die verarschen uns doch. Da oben liegt die Dreckfresser und klotzt. Oben hin. In den Büros. Ich bin freudig, ja. In den Büros. Fürsachen, ja. Ich bin drinnen. Alter. Was ist der Feuerfliege nicht mit mir? Mhm. Ich malef mich, was das passiert. Aber es ist sowas pass. ich bin ja voller waffen danke krass hunderttausend klocken er war schon drunter Alter, er hat das eilig. A hostile Firefly is attacking me. Na klar. Ist klar. Tasten drücken und jetzt schieben. Alter. Was ist denn jetzt mit mir? Du lebst ja noch, ist alles gut. Warte, ich rette dich erst mal. Die Tasten kannst du überlegen, die du da drücken musst im Nahkampf. Alter, wieso gehen die scheiß Türen jetzt? Ich hab bei mir hier eine W, A, S, D genommen. Aha. Bist du bösen, hab ich schon Reihenfolge drücken? Danke, danke. Bitte. Hä, was hab ich denn jetzt bewahrten? Okay, lass. Wo ist meine MP hin? Hä? SA15 oder was? Was hast du denn gehabt? Mensch, was hatte ich denn? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich kann jetzt hier jedenfalls nicht schießen. Mach ich denn was mit RIP. RIP-Munition. Was war denn das? Bravo, H2. Bravo, H2. Konkurrenspotten. Ich brauche Backup. Ich muss auch. Hä, wo ist denn die hin? Alter, sag mal. Hier, RP-19. Da gehst du in den Koffer, ja. Von dem Kunden. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Das war eine gemottete. Das war eine gemottete. Alter. Hä, wo ist denn die Waffe jetzt hin, Alter? Wir bleiben im Rucksack. Ne, eben nicht. Ne, irgendwo muss jeder sind. Ich hab jetzt ne Waffe, die ich nicht schießen kann. Dann nimm doch mal eine andere. Oh man. Von wo denn nur? Na? Hang in there. I'm coming. Kommt schon der nächste? Ja. Man. Los, hier rein in die Bude. Oh, meine Waffe, Alter. Und die Koffer. Scheiß Ripp-Munition, wo ist das alles hin? Ach, die Ripp-Munition liegt da. Du hast dich doch irgendwie bestimmt abgelegt oder so. Ich habe gekämpft mit dem und da war die Waffe auf einmal weg. Da muss die bei dem im Rucksack sein, dass er dir die erste Hand gerissen hat. Bei dem Kampf vorhin. Tja. Wo hast du mit dem gekämpft? Wo ist denn seine Kiste? Ja, liegen überall Kisten. Ja, so eine große, wo du mit dem gekämpft hast. Ripp-Munition? Der kann ja bloß. Ripp-Munition verfließt die Munition, glaube ich, auch. Das ist noch eine MP5. Mit der kannst du das auch schießen. Ja, das ist nicht... Hier ist eine Ripp-Munition. Hier unten. Wo bist du? Hier unten unter der Tappe. Ach so. Ja, die ist das. Endlich. Hier unten. Wie geht denn so eine Scheiße? Vergiftet sind wir. Hat auch einer eine Granate reingehackt oder so, ne? Endlich meine ich keine Waffe wieder. Ich bin jetzt im B-Kampf vor uns verloren. Hm. Den Nahkampf. Wir sind vergiftet, ich will. Wir müssen raus, ne? Hm. Ja. Ja. Dann gehen wir auch langsam zum Exit, hm? Ja. So, einer hat uns hier vergiftet. Generalschlüssel für alles, oder was? Sag mal. Mensch, mach doch mal die Tür auf. Wir müssen raus. So, auf geht's. Oh, hier schmeißt schon wieder einer Granate. Ja. Los, wir müssen raus. Los, wir müssen raus. Okay. Hab ich keine Munition mehr? Wo ist denn meine ganze Ripp-Munition? So, aber ist das ein dummes Spiel, Alter. Ist irgendwann noch einer. Werden wir da hinten, okay? Und wo ist denn im Gang? Hm. Wo wir hin müssen. Was? Oh, Untertier, Alter. Da komm zu mir. Leg ihn um. Lauf um lang. Komm runter und rette mich. Also spring dann. Lauf um lang. Dann kannst du ja runter springen aufs Dach. Geil. 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 Oh. Nicht mit uns, Junge. und da ist noch was diese arschlöcher mp5 los raus jetzt hier nicht macht doch die tür schule die flucht ich glaube ich hab nur 40 schuss ich weiß nicht wo da meine munition hingepackt hat ist verstehen dass das suchst du deine waffe irgendwo wo du nie warst der hat dir die weggenommen vor uns in dem nahkampf da war erster topiang dabei aber er hat sie dir trotzdem erst weggenommen da war sie in seinem besitz und der ist aber unten und seine kiste lachen unten und da ist doch alles drunter runtergekrochen ja das kann sein alles drunter die tasten kannst du einstellen für den nahkampf ok vier stück musst du dahinter lassen reißt du deine waffe weg und er steht ohne waffe da ok und dann kannst du erschießen das ist geil verstehe das ist Hofstra Bis zum nächsten Mal.